So machen wir immer unser Fischfutter. Dazu, bevor wir umrühren, kippen wir noch eine Handvoll Maden rein. Ungefähr so viel. Jetzt rühren wir das um, so dass das Wasser reicht. Ich hole noch eine Schaufel Wasser. Ich fülle jetzt noch eine Schaufel Wasser auf, weil das Futter, wenn das zu trocken ist, dann kann man keinen Ball draus machen. Deswegen braucht es die perfekte Konsistenz, damit wir das auch gut anfüttern. Es darf auch nicht matschig werden, weil dann kann man es nicht mehr formen. Wenn ich einmal drücke, bleibt es eine Kugel. Wenn ich ins Wasser werfe, dann löst sich das so auf. Und es bleiben große Stückchen, kleine Stückchen und in den großen Stückchen sind noch Maden drin, die die Karpfen dann zum Beispiel versuchen rauszuziehen. Und wir füttern jetzt an.